Hallo, am 5. Juli findet in Herbst das zweite FUBA All-Star Game zwischen der Freund-Rennsteig-Ausbau und Südthüring-Ausbau statt. Ein Teil der Einnahmen geht an Clemens und Klemme, die beide an Krebs erkrankt sind. Meine Bitte, teilt diese Veranstaltung, ladet eure Freunde zu dieser Veranstaltung, kommt zu dieser Veranstaltung und spendet so viel ihr könnt, damit wir beiden helfen können. Letztes Jahr konnte die Südthüring-Ausbau das erste Duell für sich entscheiden und wir gewannen mit 6 zu 4. Ich schoss dabei 2 Tore und natürlich hoffe ich, dass ich meiner Mannschaft, der Südthüring-Ausbau, wieder mit Toren zum Sieg helfen kann. Mir ist nicht bange, dass wir am Ende als Sieger auf den Platz gehen. Auf der Gegenseite treffe ich meine Vereinskollegen Eric Röll und Markus Weyer. Wenn diese beide an diesem Tag das zeigen, was ich in meinem Training zu sehen bekomme, dann wird das ein leichtes Spiel für uns, denn da wird die Südthüring-Ausbau die Rennstreikausbau rasieren. In diesem Sinne wünsche ich euch noch schöne Tage, teilt diese Veranstaltung, merkt euch den 5. Juli vor und schöne Grüße, euer Mugi.